Das ist ein Heid! Schieß ihn ab. Ich habe nur eine Art von Munition, Laser Marker heißt das. Ok, ich kann nicht auf euch rein sporen, oder ich stehe gleich neben euch runter. Wir werden von euch beschossen, der Hof jetzt unter uns. Ah, klöp! Dein Name. Hallo! Rechts in Hand, links in MG. Oh, oh. Das sind immer die Sachen, die man mit dem Heidi nicht machen sollte. Ich weiß. Da sind wir nach rechts. Ich wollte gerade sagen, du hast Raketen. Warum steht die Moschee noch? Das ist das Licht jetzt hier, uns eine Landezone bauen. Ja, wenn wir mal so um die Mohammed irgendwas im TS hätten, hätten wir wenig die Taliban am Hals. Na wunderbar. Ja. Oh, oh. Ja. 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 Ja.